Hallöchen und servus YouTube, herzlich willkommen heute zu einer Mordsvorstellung bzw. Mapvorstellung und zwar der Bindelbach Version 1.0 vom Agi, dem lieben Modder, der die Map No Name rausgebracht hat, auf der wir im letzten Jahr bestimmt drei Monate verbracht haben, ja, oder mindestens zwei Monate, eine traumhafte Map. Und damals wurden die Künste von Agi schon gezeigt, dass er das Map einfach drauf hat und jetzt die Bindelbach habe ich mir schon angeschaut, Freunde, absolut der Wahnsinn und deswegen muss ich sie euch zeigen. Ja, die Karte ist komplett neu gebaut worden für den LS15 und ist auch schon einige Stunden getestet worden. Ja, die erste Map für den LS15 vom Agi, die Map wird als Ganzes gekauft, daher will, dass sich die Spieler die Felder aufteilen, wie sie wollen. Ja, im Prinzip eigentlich ganz coole Idee. Okay, wir haben alle Standardfruchtsorten auf der Map, alle Standard Tierarten, Schafe, Kühner, Höhe und Schweinemast. Schon mal gut, dass es nicht zu langweilig wird. 56 Felder haben wir hier, 34 Grasflächen und einen Forstwald zum Abholzen benötigt werden, oder nicht benötigt, zwingend, aber für den besseren Spielspaß benötigt werden. Wenn der Animation Map Trigger so oder so fürs Tore öffnen, dann der Multi-Fruit-Mod, der Gülemis-Kalken-Mod, Jobstraw-Mod, Multiplayer-Fruits und Real Terrain werden empfohlen zumindest. Ja, wie gesagt, viele Skripts und teilweise der LSIT hat geholfen von der Mapper der Two Rivers und einige Skripte von MAHU wurden verbaut. Ja, herzlich willkommen hier auf der Bindelbach, Freunde, und ich gebe euch mal ganz kurz ein paar Sekunden, um euch die Map mal kurz so anzuschauen. Ja, und wer jetzt schon denkt, Freunde, Wahnsinn, wie geil ist das denn? Der denkt genau das Gleiche, was ich mir auch denke, und zwar absolut brachial. Wir sind hier am Hof, und wie gesagt, der Hof überzeugt schon mit tollen Texturen, vielen Feinheiten und Details, tollen Objekten, Vertex-Design-Hallen und so weiter, sehr schön platzierte Sachen, Detailverliebtheit. Wie gesagt, hier schon ein Hof, der an die No-Name erinnert, schön offen im kleinen Stil, die Map hat kleine bis mittelgroße Felder, eigentlich keine großen. Viele Wiesen ist also wirklich genauso ein Mittelding, hat einige Hügel, aber auch flache Bereiche, also ist im Prinzip schon mehr hügelig, mehr leicht bis mittelstark hügelig als komplett flach. Das ist auch, finde ich, das Schöne an der Map. Wir haben die veränderten Spruchtexturen und Bodentexturen. Wir haben die Maistextur, die wie gesagt nicht der Hit ist, aber vielen nehmen die Herweise immer noch schöner ist als die standardmäßige. Dann haben wir hier natürlich noch einen schönen Kuhstall, den schauen wir uns auch kurz mal an, der auch wirklich traumhaft aussieht zum Ausmisten und so weiter, traumhaft platziert auch. Man hat sofort das Gefühl, dass auf der Map alles zusammenpasst, hier schon dieses Haus. Wahnsinn, Freunde, Wahnsinn. Schauen wir uns mal kurz die PDA an. Die PDA ist, wie man sehen kann, ungefähr zwei Drittel so groß wie der Björnholm, das heißt, das ist ungefähr die Mapgröße. Wir haben zwei Höfe, Hof 1 und Hof 2 und wir haben noch einen BGA-Hof und davon auch Hof 1 und 2, also auch für Leute gedacht, die gerne mit mehreren Höfen spielen. Wir haben eine Erklärung, auch eine Legende, grün sind die Wiesen, grau sind die Äcker und rot sind die Höfe etc., also schön markiert. Man kann alles lesen, die Felder sind eigentlich relativ gut sichtbar, geht natürlich immer noch ein bisschen besser. Felder, Formen, was wir hier so über die Karte aussehen, sind alle sehr verschieden. Die meisten sind, naja, ich sag mal möglichst eckig, aber trotzdem alle möglichen Formen, ob jetzt ein Dreieck, ein Prisma oder sonst was, es ist alles, alle Formen sind vorhanden. Und das finde ich ist auch das Schöne, alle Fruchtsorten und ein wirklich schöner großer Forstwald auf der rechten Seite in mehreren Bereichen unterteilt. Also auch toll. Wir haben 5 Verkaufsstellen, das Heizkraftwerk, die Reifeisen, GmbH, die Metzgerei, den Bahnhof und den BGA-Hof 2 und eben die BGA-Bindelbach. Also haben wir, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, für Getreide 2 Verkaufsplätze, finde ich ist in Ordnung. 3 wären auch in Ordnung, aber eine ist auf jeden Fall zu wenig. Bei 2 muss ich sagen, passt das einwandfrei. Also 2 entweder Reifeisen oder Bahnhof, da können wir das Ganze verkaufen. Wie gesagt, Schweine ebenfalls, die sind an der Metzgerei abzugeben. Ja, schauen wir uns doch die ganze Map mal an und machen einen Rundflug. Das Ganze natürlich mit unserem schönen Flight-Mod. Ja, wunderbar, Freunde. Und dann schauen wir uns mal an. Wir haben hier wirklich einen traumhaften Hof. Hinten eine Güllegrube, die auch wirklich richtig schön abgesenkt ist, richtig schön eingebaut hier. Keine Standard-Gras-Textur, aber relativ ähnlich der Standard-Gras-Textur. Mir gefällt es ja trotzdem besser als die normale. Dann hier, wie gesagt, kleine Felder. Das ist schon wirklich klein, bis zu größeren, wo wir dann hier ein Maisfeld sehen. Was sehr schön ist, sind auch die Straßen sehr schmal, ähnlich wie auf der No Name. Das ist halt dieser typische Stil der Map. Kleine Straßen und ich muss sagen, man kennt auch irgendwie, das ist der Mapper, der No Name ist. Landmaschinen Müller, höchst auflösend. Wenn das wird wohl wahrscheinlich der Shop sein, ist relativ klein und unscheinbar. Platzmäßig wird das wohl eng mit einigen Fahrzeugen. Gut, ich hoffe, am Hof ist dafür genug Platz. Und auch genügend Wiesen mit solchen schönen Unterständen, Freunde. Ist einfach traumhaft. Wie viele Details hier eingebaut sind. Ja, endlich haben wir hier mal eine größere Straße, wo dann auch zwei Fahrzeuge nebeneinander knapp Platz haben werden. Wie gesagt, alle Höhenlagen und Tiefenlagen. Oh, das ist ein richtig schöner Feldweg. Halleluja, Freunde. Sehr gerade, sehr perfekt. Wahnsinn. Auch Windräder sind hier da, da kann man auch hochgehen. Schauen wir uns mal kurz an. Ja, Tatsache. Und dann sind wir oben auf der Map. Was ich finde, an der Map überzeugt, ist natürlich auch im Hintergrund die Berge und die Mapbegrenzung. Die Mapbegrenzung besteht nämlich aus mehreren Schichten Grünwald, der sich höherstufig immer hintereinander verbirgt. Und das, finde ich, gibt einem so ein tolles, richtig gutes Gefühl. Und macht einfach die Map richtig schön authentisch. Und das, finde ich, ist auch wieder super gelöst. Super umgesetzt, wie man das hier gemacht hat. Weiter unten geht es dann hier zum Bahnhof. Dort kann natürlich Getreide verkauft werden, wie man hier sehen kann. Und normalerweise auch das Holz. Genau, Holz kann ebenfalls hier verkauft werden und mit dem Zug weggeschickt werden. Das funktioniert also auch. Wir sehen, wir haben hier neuartige Flugtexturen. Und ich finde, das sind auch die besten. Die habe ich nämlich auch auf meiner Mod-Test-Map drauf. Das sind eigentlich so die besten, die es gibt. Ja, kann ich nur sagen, super, dass diese mal verwendet wurden. Finde ich echt toll. Da muss man eigentlich wenig ändern, bis ich wirklich persönlich sehr zufrieden bin. Weil wir ändern ja meistens selber die Texturen immer so ab, dass es uns am besten gefällt. Aber hier, glaube ich, braucht man bis auf die meisten Texturen nichts mehr zu ändern. Dann kommen wir zur BGA Nr. 2. Dort haben wir zwei Durchfahr-Silos. Sorry, zwei Keil-Silos und hier ein, wie heißt es überhaupt, ein normales Silo, sage ich mal. Wo man von einer Seite reinfährt. Hier ein Behälter, eine Kühlgrube, Fermenter. Und hier müsste dann normalerweise, was kommt denn hier raus? Kompost? Nee, Mist. Gute Frage, gute Frage, Freunde. Könnte Kompost sein. Dann eine Waage. Weiß nicht, ob die hat jetzt, glaube ich, keine Funktion. Nee, hat sie nicht. Schade, aber gut. Sehr schön platziert, muss ich sagen. Und guck dich einmal die Texturen und die Platzierung an. Es ist also wirklich alles gut durchdacht, gewählt und platziert. Mit tollen Texturen, tollen Objekten. Und das ist einfach was, was die Map auszeichnet, wirklich. Wir haben auch überall, ja, gelegentlich Zäune, die aber, glaube ich, keine Kollision haben, so wie ich jetzt das sehe. Also sehr erfrischend für Leute, denen das richtig auf den Sack geht, wenn sie an den Zaun fahren. Wie mir. Also hier ist definitiv nicht der Aufregungsfaktor gegeben. Ja, solche schönen Wiesen findet man ja auch öfters, die dann wirklich steil hochgehen zum Waldrand, zum Mapende. Wirklich super platziert. Ich kann das nicht oft genug sagen. Die Felderformen passen. Die ganze Landschaft passt, wie oft, der No Name einfach sehr gut ineinander. Dann solche Objekte, wie der alte Miststreuer, alte Gebäude. Es wirkt alles einfach, ja, ich muss sagen, perfekt. Und ich habe mir schon gesagt, Freunde, das wird die Map, auf der wir demnächst spielen, nach der Südthüringen. Ja, ich weiß nur nicht, ob als Youngtimer, weil die Map würde sich auch für Youngtimer eignen, aber wäre vielleicht dafür noch ein Stück zu groß. Ebenfalls würde sie sich aber auch für generell ein neues Projekt eignen, so oder so. Weil es mir einfach extrem gut gefällt. Hier haben wir noch das Logo von Argi. Reihenweisen gehen wir ja gemeinsam stark handeln. Ja, auch ein sehr tolles, und hier gucke ich mal die Texturen an, Freunde. Wirklich ein Traum. Und das ist einfach schön, wenn auch eine kleine Map richtig gut schöne Details hat. In allen Zügen. Eine Kirche ist da auch noch dabei. Passt also auch gut da rein. So, da hinten haben wir dann die BGA Nummer 2. Hier haben wir auch nochmal ein größeres Silo und das da müssten dann wohl Hackschnitzel sein. Hackschnitzel-Lager ist hier also auch vorhanden. Ja, in der Tat. Genau. Hier hinten die Fermenter. Eine schöne Halle und natürlich auch unterdisch die Güllegrube. Und wenn ihr euch das mal anschaut, hier geht es runter und hoch. Die Höhenlage ist auch wirklich genial. Kann man nicht oft genug sagen, traumhaft, Freunde. Traumhaft. Was gibt es sonst noch zu entdecken? Schauen wir mal hier hinten drüber. Ah, da geht eine Straße nach hinten. Oh, sind wir jetzt im Forst? Das scheint mir so. Oh, schaut ja extrem geil aus. Und wird auch ganz schön eng. Aber das Gefühl im Forst ist der Wahnsinn, Freunde. Das Gefühl im Forst ist der Wahnsinn. Ähm, die Dinger sind schön, die Tannenbäume und Nadelbäume sind schön dunkel gefärbt. Nicht zu dunkel, aber auch nicht zu hell. In genau einem angenehmen Maße. Und ganz hinten ist dann nochmal separat das Sägewerk, wo dann wirklich nicht aufgelegt werden muss, sondern einfach hier in den Bereich reingefahren wird und dann verkauft wird. Hackschnitzel-Lager und Verkauf normalerweise von Hackschnitzeln. Genau. Richtig genial. Versteckt sich ganz hinten im Forst. Jetzt schaue ich nochmal ganz kurz auf die Karte. Nein, es ist wirklich der richtige Ort. Es ist wirklich das Forst. Äh, das Sägewerk. Und wie gesagt, sehr viele Wiesen auch. Alle möglichen Formen, Felder, Wiesen. Alles sehr individuell. Man will, glaube ich, kein Fleckchen finden, der aussieht wie der andere. Und das ist so genial, muss ich sagen. Das finde ich so genial. Und wir sind, glaube ich, jetzt eh schon einmal rum. Da hinten gibt es noch ein bisschen was zu entdecken. Ja, und zwar so eine Art kleines Höfchen. In dem Eck. Oh, ja, oder ein kleines Dorf direkt. Auch mit sehr, sehr schönen Texturen. Richtig tollen Objekten, Freunde. Schaut euch das mal an. Was haben wir denn hier drin? Ach ja, und bevor ich es vergesse. Tore lassen sich nur mit, äh, zu Fuß öffnen. Nicht im Fahrzeug, was zwecks Realismusgründen einfach, ähm, abgeändert wurde. Das ist aber überhaupt kein Problem. Denn ich mache das gerne. Ich steige da gerne aus. Hier haben wir dann auch eine Schüttkosche. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das der Getreidehof. Ja, und auch einen Kanal haben wir. Gut, einen Fluss gibt es jetzt hier nicht direkt. Das ist jetzt vielleicht was, was ich vermisse. Aber ist eigentlich auch in Ordnung. Also ich habe da jetzt kein Problem damit. Straßenverlauf, wenn man sich den anschaut, ist auch sehr, sehr geil. Sehr, sehr individuell. Also richtig toll gemacht, diese Map. Ich kann nicht oft genug sagen, wie mir diese, wie mir diese gefällt. Metzgerei ganz hinten auch schön klein platziert. Sogar eine Bushaltestelle. Meine Freunde, guck dich das mal an. Wirklich sehr hochauflösende Objekte. Bushaltestelle ist hin platziert worden. Wahnsinn, was ich hier alles, äh, was hier alles gemacht wurde. Was sich hier da, der AG, alles für Mühen gemacht hat. Obwohl es eigentlich nur, ich sag mal, billige Deko-Objekte sind, die keiner anschaut. Wahnsinn, echt. Also das, diese Map hat 5 Sterne sowas von verdient und verdient von mir jetzt ausgewählt. Auf jeden Fall einen Platz in den Top 5 der besten Maps von LS15, die mir auffallen. Ist definitiv eine der besten 5 Freunde. Wow, ich bin echt beeindruckt. Richtig geil. Jetzt hier dann nochmal kurz einen Gesamtüberblick um die Map. Schaut es euch kurz an. Also wie gesagt, immer wieder schöne, schöne, ähm, kleine Waldbereiche, Waldstücke dazwischen. Wieder Felderbäume, Wiesen, Feldwege. Alles, alles gemischt und alles sehr, sehr individuell mit verschiedenen Höhenlagen. Wirklich traumhaft. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ähm, hier haben wir noch einen Hof, den ich fast vergessen hätte. Ja, hier ist im Prinzip eigentlich auch noch ein Silo dabei. Und das müsste dann der Schweinestall sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das ist der Schweinestall, glaube ich, ziemlich sicher, oder? Wenn nicht, sind es die Kühe. Obwohl, die Kühe waren schon woanders, können auch die Schafe sein. Ist im Prinzip auch vollkommen egal. Wir schauen noch kurz auf die Startfahrzeuge. Das sind gleich vier Traktoren, finde ich eigentlich ganz gut. Der erste Standard-Drescher und die Standard-Geräte nur für noch einen Radlader und eine Ballenpresse. Passt eigentlich auch alles. Fehler gibt es, glaube ich, auf der Map auch nicht wirklich. Die Map hat 420 MB, wo ich sage, das ist ordentlich. Aber für die Qualität an den Objekten und so weiter ist das kein Wunder. Und es ist immer noch eine ganz patente Map-Größe. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Freut euch an der Map, ladet sie euch unbedingt runter und testet sie. Auch für jeden zu empfehlen. Bitte, bitte und das über den Original-Link. Und schreibt schöne Kommentare unter das Video und unter den Mod auf Motorstar, wie euch diese Map gefällt. Ich muss sagen, ich bin echt überwältigt. Und wenn nicht vieles dagegen spricht, wird diese Map entweder im Youngtimer-Projekt oder dann als neues Haupt-LS-Projekt nach der Südthüringen in Erwägung gezogen werden. Ich sage nochmal vielen Dank, Agrik, für diese geile Map. Ich bin schon ein riesen Fan der No-Name. Und für mich ist die No-Name bis dato eigentlich noch die geilste Map gewesen, die mir persönlich am besten gefallen hat. Und diesen Platz oder auf ebenbürtiger Stelle wird jetzt hier die Bindelbach den Platz einnehmen. Extrem geil, Freunde. Ich danke fürs Zuschauen. Hier ist übrigens noch der Schweinestall. Auch noch mit schönen zwei Silos und Güllegrube ausgestattet. Auch sehr schön gemacht. Sehr schöne Texturen, Freunde. Die wir schon lange nicht mehr so gut gesehen haben. Also es gibt Ställe, die sind weitaus hässlicher. Wirklich super. Danke, Freunde, fürs Zuschauen. Macht's gut. Servus.